Frank Treiband, Spezialeiner. Was haben wir denn hier? Ziemlich heiße Kiste, Lieutenant. Savage hat sich im Haus da drüben verkrochen. Er sagt, er hätte Geiseln. Er könnte blöffen. Sonst noch was? Ja, der rote Lieferwagen ist zugelassen auf einen Quentin Harzburg. Ja, ja, ja. Scheint so, als wären die Kühe nach Hause gekommen, um sich auf die Stange zu hocken. Wie läuft's, Kavallerist? Ziemlich, Feuer einstellen! Ziemlich, aufhören! Ziemlich, Feuer einstellen! Feuer einstellen! Also gut, gib mir das Megafon.